Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem zweiten Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Cats. Und ja, das ist ein Spiel, wo man sich Monsterkarren baut und gegeneinander antritt. Da habe ich mir schon eine Kampfmaschine gebaut. Und ja, gehen wir auch. Wir können auch in einer Meisterschaft gehen. Die geht ja noch 34 Minuten. Aber erst mal machen wir noch ein paar ganz normale Klassiker, wie ihr sehen könnt. Ich habe das schon angezockt. Und ja, los. Ich glaube, wir werden den Natsen. Oh, der bekommt wieder geschwunden. Ich habe verloren. Der hat zwar eine schnelle Karren. Ja, hat das einfach weggeschubst. Gleich nochmal. Gleich eine Klassik. Noch eine mit einer Rakete. Ja, da können wir nichts anrichten. Komm da nicht ran. Mist. Okay, komm, wir machen noch ein Kampf. Leute, wenn wir auf dieses Video 5 Likes bekommen, dann mache ich einen nächsten Teil. Oh mein Gott. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was für Games ich mal wieder anzocken will. Ich glaube, wir beginnen in der Meisterschaft. Man muss insgesamt 23 Kampen führen. Ich bin hauptsächlich bei 1. Los geht's. Oh, diese hier hat sich so krass. Das ist nicht mein Auto. Das ist einfach nur ein Teil. Was rumsteht. Einfach nur meine Karre Schrott macht. Guck mal, kann sich nicht wehren. Das war so knapp. Oh, okay, Raketen machen uns auch komplett alle. Wir können nichts anrechnen. Alle. Da könnten wir... Da könnten wir... Da würden wir... Was bieten? Bitte. Wer denkt, der wird das erst getroffen? Ich oder der eine? Ich denke, ich werde das erst getroffen. Oh, mein Gott. Ja, wir werden getroffen. Leute. Das macht denen keinen Bock. Wir brauchen eine bessere Karre. Okay, wir kriegen jetzt den weggeschubst. Machen ihn noch gut Schaden. Daher ärgert mich die ganze Zeit. Da kann ich mal angreifen. Und jetzt verreckt. Eine Medaille haben wir. Da können wir wieder nichts anrichten. Mist. So eine Kacke, ey. Komm, greif an. Stop. Stop, please. Stop, please. Junge, Alter. Diese Karre ist viel zu übertrieben. Voll die Killermaschine, nenne ich das mal. Warum braucht man so eine komische Kiste? Jetzt ernsthaft. Los geht's. Der hat aber mehr Kraft als ich. Das ist das Problem. Ich denke, wir werden getroffen. Das sieht man ganz klar in Vorteil. Das ist locker ganz knapp. Ganz knapp. Sieht ihr das, wie knapp das ist? Und ja. Wenn euch dieses Format gefällt und diese Videos mögt, die ich für euch mache, dann lasst mal gerne ein Like. Ach, ich skipp immer. Ach, deswegen komme ich da immer drauf. Ja, der Ketten-Ding-Typ hat überhaupt keine Chance. Wir werden ihn nacken. Ja, der Ketten-Ding-Typ hat überhaupt keine Chance. Ja, der Ketten-Typ hat überhaupt keine Chance. Ja, der Ketten-Typ hat überhaupt keine Chance. Gegen den haben wir auch keine Chance. Gegen den haben wir auch keine Chance. Gegen den... Oh nicht, da hat es viel Kraft. Gegen den... Und ja, wenn euch dieses Format gefällt, also Gaming und so, dann lasst du gerne ein Like da. Dann, das ist schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschö.